jetzt Zeiten und ganz neue Neuigkeiten sag ich euch jetzt mal das ist so ein kleines Gameplay im Hintergrund ich sag euch ich bin nicht gut ich wollte die VMP auf Gold spielen und ja ich bin mittendrin erst reingekommen Leute also also sagt jetzt nichts über mein Spiel und ja die erste Neuigkeit ist ich will so eine Tour machen so eine Garagentour ich fange bei jedem Kumpel an von mir oder jeden Abonnent der lädt mich ein ich gehe in seine Garage er stellt mir seine Autos vor und was er so da drin hat natürlich und es wird jeden Freitag kommen Leute und da seid ihr schon mal richtig gut ich bin gespannt Leute das ich sag zu viele Leute immer auf jeden Fall Kollegen ja es kommen jetzt ganz verschiedene Autos verschiedene Garagen auf jeden Fall sehr sehr verschiedene unterschiedliche Garagen alles drum und dran und ja ich bin gerade jetzt hier mittendrin reingekommen aber ist ja jetzt nicht schlimm ich wollte euch ja nur diese Nachricht sagen die zweite Nachricht ist ähm schaut auf jeden Fall bei den Leuten in der Videobeschreibung bei mir vorbei das sind richtig gute Kollegen und mein Designer Bibi ist ganz oben und Bambitracks ist von mir und mein Designer ein Musikkanal Musik Channel da kommt meistens so Draggy und Tracks und Trap jetzt am meisten weil wir jetzt so Trap machen wollen und ja auf jeden Fall das waren jetzt diese zwei Neuigkeiten die ich euch sagen wollte auf jeden Fall die Garagentour findet am Freitag statt ähm da stelle ich mir erstmal meine Garage vor und ja dann halt die nächste von vielleicht von Bibi oder so schreibt in den Kommentaren Hashtag Garage wenn ihr eure vorstellen wollt und dann adde ich euch oder wenn ich euch schon geedit habt dann lade ich euch in einer privaten Freundesitzung ein und dann zeigt ihr halt eure Garagen und ja ich hoffe dass das Video jetzt erstmal positiv geliked wird und lasst erstmal einen Daumen da Leute weil ich habe jetzt ein wenig flüssig geredet finde ich und ja bis dahin tschau Leute haut rein jetzt geht's also sweet so sweet so sweet Lil yeah sounds so sweet yeah wow so sweet so sweet